Hallo liebe Studentin, hallo lieber Student, wir bleiben beim Akkusativ, wir bleiben auch bei dem Verb kennen, nun aber mit Personen, sie haben gelernt im Nominativ der Mann, die Frau, das Kind und plural die Männer, die Frauen, die Kinder. Also Frage, kennen Sie den Mann? Ich kenne, ich kenne den Mann. Kennen Sie die Frau? Ich kenne die Frau. Kennen Sie die Frau? Kennen Sie das Kind? Und im Plural, kennen Sie die Männer, die Frauen, die Kinder? Also immer plural die Frage, kennen Sie die Kinder? So, Olga, jetzt sind Sie wieder an der Reihe. Die Konjugation des Verbs kennen, haben wir ja schon gelernt, ja? So, jetzt antworten Sie bitte auf meine Fragen. Kennen Sie den Mann? Ja, ich kenne den Mann. Sie kennen den Mann. Kennen Sie die Frau? Ja, ich kenne die Frau. Sie kennen die Frau. Kennen Sie das Kind? Ja, ich kenne das Kind. Sie kennen auch das Kind, ja? Kennen Sie die Kinder im Haus? Ja, ich kenne die Kinder im Haus. Kennen Sie die Leute im Haus? Ja, ich kenne die Leute im Haus. So, jetzt antworten Sie bitte negativ. Kennen Sie den Mann? Nein, ich kenne den Mann nicht. Kennen Sie die Frau? Nein, ich kenne die Frau nicht. Kennen Sie das Kind? Nein, ich kenne das Kind nicht. Kennen Sie die Leute? Nein, ich kenne die Leute nicht. Nicht, ja? Dankeschön. Bitte schön. Danke. Vielen Dank.